Hallo und herzlich willkommen zu Crop Duster Supreme. Ja, wie man sehen kann, ein Furz-Spiel, ein Pups-Pups, ein Pups-Pups. Oh man, okay, fängt schon mal gut an. Ähm, ja. Crop Duster Supreme, darum geht es in diesem Spiel, also in dem Pups-Spiel geht es um Leute anpupsen. Und wir müssen sie aus verschiedenen Arealen vertreiben. Durch unseren feinherben Geruch, den wir verbreiten. Ja, da würde ich einfach mal sagen, die Musik macht schon mal einen guten Start. Dann legen wir mal los. Okay, Burrito hat. Natürlich hat sie mehrere Level, muss man aber alle freischalten. Schauen wir mal, wie, äh, ja, wie weit wir kommen. Uri tohat. Uri tohat. Erick. Uri tohat. Uri tohat. Uri. der restaurant so you can find that phone okay alles klar also los geht alles klar das ist die erklärung move und fahrt alle fahrt voraus okay und das ganze geht auf zeit ich finde das gepfeife auch nice richtig diese panische schreie so los haut ab rito hat klärt errungenschaft freigeschaltet burrito hat sehr gut sehr gut sehr gut item unlocked strangers phone okay can't wait for your wedding tomorrow oh my god okay unsere verflossen will heiraten okay good 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 oh god parking lot you need to stop the wedding but you can't find your car clear the parking lot and find your car alles klar power ups burrito plus gas und clock plus time okay whoa what the fuck ach so ich habe eine bestimmte anzahl an munition das polito 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 so noch zehn leute 7 das ist ja jetzt aber nur noch drei ich habe auch nicht mehr viel zeit da ist zeit gut sehr gut sehr gut so noch die zwei da hinten das kriegen wir hin doch nur noch die und die ist weg nice parking lot cleared aham press enter gut item unlocked car area select gas station difficulty tut was alles tut ja okay also tuts müsste wahrscheinlich leicht sein okay your car is running low on gas how ironic but you don't have any time to spare and the gas station is packed clear the gas station and fill your tank aber wäre doch alles nur so leicht durch pupsen hit multiple people while holding space for a combo okay reach a 10 x combo to refill your gas com gas meter alles klar okay das ist echt schon geil also witzig ist allemal so wir wollen uns mal wieder ein bisschen zeit und burrito so auch sie und sie ist weg okay nice oh drei erungen freigeschaft drei erungen drei erungen schaffen freigeschaltet so mein gott viel sogar wie okay press enter item unlock gasoline airport okay you made it to the airport but won't make it to your plane on time here the airport so that you can through the security quicker alles klar uja geil oha die musik ist halt auch was geil ist die musik ist halt echt nice aber mal hier unten ein bisschen klieren ich habe nicht mehr so viel zeit komm schon hau ab oder unten ist zeit ein burrito doch noch noch drei stück zwei nur noch sie natürlich wenn sie auf die andere seite egal jawoll die musik ist halt der wahnsinn richtig nice richtig nice item unlocked ein 6 dollar wasserflasche alles klar das flugzeug ist überfüllt the plane is over capacity clear the plane to decrease weight and ensure a safe landing okay das flugzeug ist überfüllt zick zack for maximum area coverage okay ist halt schon lustig ich bin zu gut sie schon richtig gut wir haben nur noch wenig zeit ein burrito und eine ruhe sehr gut du musst auch noch weg muss auch noch weg schneller 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 sehr gut 172 echt cool macht schon laune muss ich so sagen passengers murdered ok oh mein gott ok ich habe sie alle umgebracht item unlocked airline peanuts gut und das 72 leben für 1 kann man schon mal so machen hotel der hotel ist buch für der hotel lobby so that you can make a reservation okay das ganze hotel ist ausgebucht wir müssen sie verjagen so typ da weg diese leute zeit hole ich mir auch gleich mit ja das scheint wohl etwas schwieriger zu werden ich habe gleich keine money mehr eine fuhrs money schlecht out of gas munition 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 das munition ich brauche zeit oh gott ich brauche zeit ich brauche zeit noch zehn sekunden 9 8 9 9 9 9 ich bin out of gas oh nein verdammt verdammt 3 haben gefehlt ok nochmal das können wir nicht so auf uns sitzen lassen weiter geht's und nochmal vielleicht sieht es ja weiter Zeit und Burrito wäre gut, dahin ist ein Burrito, Zeit und Munition. So, jetzt kommt ihr drei, komm, hau ab, jawohl, Hotel cleared, jawohl, so muss das sein, so muss das sein. Item unlocked, conditional breakfast. Gut, alles klar. Elevator. Wir haben nicht mehr viel, drei Level. Elevator, you need to go to floor 4, what can't reach the button? Okay, wir müssen ins vierte Stockwerk, aber ich kann den Knopf nicht erreichen, okay. Achso, klar, cleared der Elevator, so you can press it. Ja, okay, alles klar. Na dann. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Ride is ripped. Skill learned. Patience. Patience? Patience, 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 glaube ich. So. Gym, Fitnessstudio. You will never impress her looking like that. Clear the gym, so you can get ripped without anxiety. ok 111 leute alles klar fangen wir mal an jetzt noch die hier ich brauche der munition und zeit natürlich auch nichts schlechtes ich brauche der munition da haben wir munition und zeit und zeit wäre auch mal wieder nicht schlecht ok ich bin out of gas scheiße munition scheiße munition und zeit ich habe keine mutter ist zeit aber keine munition kommunizieren das munition oh nein 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 ich brauche zeit ich brauche zeit ich brauche zeit die große zeit so ist zeit okay schade wir haben es doch fast hingekriegt egal noch vier stück kommt dieses mal kriegen wir sind you will never impressed her looking like that ok clear the gym so ok ok das war schon wieder viel gas verschwindung und das zeit und munition da haben wir auch munition wieder da haben wir wieder zeit all of gas a fuck verdammt auch munition nach 30 sekunden aber keine munition wir brauchen munition auch munition kann ich kacken furzen ok munition und ich brauche wieder zeit verdammte kacke oder ums zeit oder ums zeit auch bis zeit auch oder ein nein aus gestern ein kacke nein zwei mist ok noch mal das gibt es nicht in zwei das kregen einfach die ruhe bewahren vor ito 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 und zeit so da haben wir wieder burritos da ist noch jemand drauf das ist ja fies die habe ich ja fast gar nicht gesehen aber naja zeit noch neun sekunden ist gut immer wieder ein bisschen mehr warum das muss doch zu schaffen sein jetzt und 13 stück und das muss rito jetzt können wir unser unser leben furzen oh nein ich habe noch sieben sekunden naja die zeit um hau ab nein 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 kommt wegen dem einen oh man das doch gibt es doch gar nicht okay man okay das zählt halt wirklich erst wenn die weg sind ein bisschen scheiße okay so ja ich brauche der munition ja ich brauche dringend munition okay zeit ist auch schon mal ganz gut und das mit der munition okay so noch zehn stück und zeit zeit hole ich mir zeit hole ich mir und die burritos hole ich mir auch so die drei die müsste ich jetzt schaffen hoffe ich aber wenn ich was so die sind da seine hau ab hau ab hau bauer 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 nein komm schon warum läuft hier auch ganz andere ende vom raum? oh mann oh mann das ist unfair, das ist echt unfair das ist auch nichts und ich brauche der munition verdammt position ich brauche munition munition da und diskussion out of gas hat schon aufgerst mann verdammt dort seit es na ja weiß nicht stück ich hoffe so burritos braucht munition oh man hat es gibt es auch nicht da unten toll was macht und munition man hafuck zwei ähchen da noch mal aber ich war sein hier So. Jetzt haut ab, Alter. Ja, Stinker. So. Was ist das? Die rennen hier rum, wie die... So, nur noch einer, zwei. Komm, haut ab jetzt. Los, verzieht euch. Jawohl. Geht doch. Endlich. Jawohl. Gym cleared. 111 von 111. Bing, bing. So. Item unlocked. Muscles. Oh. Jawohl. Wedding. Okay, das ist der Level Wedding. Bum, 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 bum. Wedding. What's she doing marrying this fool? You are clearly the better option. Clear the wedding to show her how you truly feel and win her heart. Okay. Alter, das ist so assi. Oh mein Gott. Das ist halt mal irgendwie witzig. Also geil ist es? Ja. Witzig auch. Kurito. Ja. Das war's für heute. So, jetzt verzieht euch alle. 1, 0, jawoll. Yeah. Voll freigestaltet. Cut the cheese, okay. Jawoll. Wedding cleared. 210 von 210. Nice. Gut. Press Enter. Item Unlocked Wife. Okay. Was für ein Happy End. Wow. Geil. Seriously, nobody thought this was a good idea. Doch, das Spiel war richtig lustig. But I played it through to the end. Richtig. Genau. Richtig. Richtig. Ich bin so gut. So, I have got that going for me. Which is nice. Also, und die Moral von der Geschichte? Leg dich an, leg dich an mit 14 nicht. Ja, also, alles was ihr tun müsst, um ein Mädchen, um meine Frau zu erobern, ist die Konkurrenz wegfurzen. Einfach nur wegfurzen. Ob das aber so gut ist? Naja. Hier hat es funktioniert. Also, doch. Es funktioniert. Es ist gut. Also macht es. Einfach die Konkurrenz wegfurzen. So. Und wenn ihr Glück habt, ständet das dann genau wie hier. Und ihr heiratet eure hübsche, einfühlsame und ohne Geruchssinn wahrscheinlich diese Frau, die ihr liebt. So, ich drücke jetzt Enter und sowas, aber da passiert nichts. Also, denke ich mal, es ist wirklich vorbei jetzt. Oh, ja, jetzt hört die Musik auf. Ja, dann, gut. Bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal und haltet euch geruchsfrei. Oder so. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.